Ihr Unterlöchern liebe Freunde, hier ist wieder euer Foxy ET, mein Name ist Fox und aus Wunsch von Breitig, war das Breitig? Weiß ich jetzt gar nicht so, sollte ich auf jeden Fall mal dieses Spiel ausprobieren, dieses Dabros, oder wie es da heißt, oder, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ich bin schon gleich im Spiel drin, ich weiß gar nicht, was ich machen soll hier. Gut, ich hol mir jetzt auf jeden Fall erstmal, ähm, die Diamanten hier ein. Ich sollte das mal ausprobieren, mal ein kleines Let's Test machen, oh. Ah, ich hab geschossen. Das ist jetzt so ein Test anscheinend. Kann ich schossen mehr? Aber ich hab ja anscheinend nachgeladen, yeah. Ich schieße euch alle nieder. Profi pur. Oh, hab ich jetzt gemacht. Gut gemacht. Die Orange, was? Weiter geht's. Boah, ich mach's hier alle fertig. Superskill auf. Okay. So kann ich zielen. Boah, ich hab mir richtig ein Tor aufgeschossen. So. Nein, das war wohl eine kleine Testrunde, die ich wohl gemacht hab. Willkommen bei Browser. Was soll ich denn jetzt bestätigen? Die wollen wir mal Alter sehen. Da bist du ja jetzt auch mal Alter. Was ist denn los? Drei gegen drei. Wir zocken jetzt. Wir spielen jetzt. Sorry. Ich hab gerade aufgestoßen. Ich hab gerade ein bisschen Kaffee getrunken. So. Los geht's. Ich hab gerade auf. Ich hab gerade auf. Ich hab gerade auf. wir spielen eigentlich gut sind das ich bin doch im boot ein schuss oder was war das ein treffer anscheinend feuer ich mache alle nieder ich schieße euch nieder oder so haben wir es vorbei ich habe gewonnen ich habe hier mal ein match zu starten juweljagd es gibt sogar eine art game pass das wollen wir jetzt aber natürlich nicht machen gefundene spieler jetzt haben wir glaube ich richtige spieler wie ich es wohl schätze jetzt sind es auf jeden fall keine boots mehr so wie ich das gerade jetzt mitkriegen tue da steht zumindest nicht mehr drauf boot ok da wollen wir doch mal jagen ok 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 ja Sammle die Diamanten. Gut. Haha. Ich habe sieben Diamanten anscheinend. Weil ich dann die sieben drauf habe. Lass dir die Juwelen nicht abnehmen. Lass ich nicht. Meine. Match ist vorbei. Wir haben gewonnen. Aber hohe. Also aber volle Kanne. Staatsspieler 2. Also der war wohl. Spieler 2 war wohl. Der Pro. Oder was? Ich kriege meine ersten Diamanten. Sieg. Erfahrung. Yeah. 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 Das ist doch schon mal was, oder? Meine ersten Dinger kriege ich. Was habe ich bekommen? Guck mal. Battle Pass. Was ist denn das hier, wenn ich hier drauf gehe? Wollen wir doch gucken. Prolbox. Was habe ich von der Box? Kriege ich jetzt was schönes Geschenk? 15 Münzen. Und Shelly. Was habe ich davon? Ich kann Upgraden. Ich kann Upgraden. Mit 20 Upgraden. Ja, dann los. Wir Grain. Kann doch ein Upgrade. Nee. Hat nicht genug Power. Was ist denn los mit dir? Wie nicht genug Power. Gut. Machen wir kaum. Eine Runde machen wir noch. Komm schon. Los geht's. Juweljagd. Wo holen wir sie? Meine. Aua. Boah. Wo mir die? Ja, einer ist tot. Oh, oh. Die ist best mit Bomben. Wir haben das, glaube ich, schön im Griff jetzt hier. Hier ist es gerade ziemlich leicht für mich. Aua. Ja, es brennt. Es brennt. Es brennt. Es brennt. Super Schuss. Aber nicht getroffen, glaube ich. Ich bin tot. Nein. Aber die haben jetzt alle Diamanten gekriegt. Die haben schon wieder null Punkte. Was ist denn das? Und jetzt ist es vorbei. Haben wir wieder gewonnen? Okay. Sieger. Obwohl die diese komischen anderen Kostüme schon haben, machen wir im Moment ein verdammt gutes Spiel. Oder ich verstehe das gerade nicht und das wäre richtig schlecht oder so. Aber okay. Habe ich wieder was Schönes gekriegt? Einfordern. Fordere ich jetzt was ein? Ja, 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 tanzen. Klasse. Was habe ich davon? Wir wählen die einfach mal aus, ne? Shop. Was haben wir denn in Shop? Aha, hier kann man also kaufen. Guck mal hier. Ich habe hier mal einen Scheiß drauf. Hier wird gekauft. Was auch immer ist. Punkte. Powerpunkte. Powerpoint. Hiha. Was gibt es hier gratis? Gratis ist immer gut. Powerpoint. Okay. Habe ich was davon? Brawler. Was ist mit denen? Kann ich die upgrade? Null. Nein, nein. Gibt es nicht. Yeah, yeah, yeah. Guck mal, hier kann ich sogar Leute einladen. So läuft das also. Und man kann einen Club gründen. Okay. Okay, komm mal noch runter mit dieser Person. Komm schon. Gefundene Spieler. Volle Kanne durch. Ähm, okay. Yeah, ha. Yippie. Und los geht es. Oh, was habe ich denn jetzt für eine Waffe? Komm her. Komm her. Ich bin tot. Das kann ich nicht angehen. Das geht nicht. Ach, wir gewinnen das Spiel noch. Jetzt ist es noch gut da. Jetzt ist es gut. Ja, schade, schade, schade. Null Diamanten, die haben sechs. Oh, halt. Diesmal kriegen wir einen Bugs. Dann ist es mit mir passiert schon wieder. Hä? Ich habe mich teleportiert. Hör doch auf damit. Au, 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 au. Ah. Wo holen wir uns jetzt? Kämpf, kämpf. Ich sammle die Dinger ein. Wir müssen irgendwann angreifen. Wir führen jetzt aber sehr gut wieder. Was wurde jetzt jemand auf einmal 10? Wie haben sie das hingekriegt? Jetzt können wir. Ja. Jetzt geht's los. Doch mal. Power. Ball vorbei. Und dennoch gewonnen. Mit 13 zu 0 auf einmal. Geil. Guck mal, das passt sogar. In Arc habe ich auch immer so einen komischen, ähm, wusste ja diesmal Wolfskopf-Teil auf. Im Arc habe ich immer so einen, nicht Wolf, einen Bären, ist das hier bei Ihnen. Ich habe im Arc einen Wolf. Wobei, nein, ein Level voraus. Bekomme ich wieder was geschenkt? Eine Box. Komm, wir öffnen die Box doch. Shady bekommt ein paar Punkte. Und hier bekommt auch ein paar. Supi. Nächstes Ziel. Ziele, 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 Ziele. Blöds. Ich glaube, geht nicht, ne? Nein, natürlich nicht. Rieha. Ähm. Was haben wir denn hier bei Game Pass 1? Eins, wieso? Wieso? Ähm. Ich habe eine Box hier anscheinend schon. 88. Hooo. Und ich bekomme Blitzpunkte. Yeah. Zabadabadadadadadada. Oh. Was wollen wir nicht? Ähm. Wir wollen upgraden, kann ich. Upgrade, upgrade. Komm, Punkte. Kann ich noch einen Upgrade? Ja, so wie es aussieht, ja. Trefferpunkte nochmal plus 200, jihaa. Nein, natürlich nicht. Guck mal, jetzt ist meine Person sogar besser. Komm, das wollen wir doch nochmal ausprobieren und los geht es. 3 gegen 3. Was? Ich muss dazu gehen, die Steuerung ist da ein bisschen schwer, Hand zu haben. Komm, die kann fahren. Ja, komm. Ah. Handgranate. Was soll das? Ich hoffe, die anderen sammeln auch schön fleißig. Hat nämlich immer nicht wirklich viel. Und jetzt ziehen soll er gewinnen, ne? Wir müssen jetzt nur, glaub ich, die Diamanten behalten. Die 10. Ich glaub, das ist am wichtigsten. Boah, sind die gut. Handgranate. Match vorbei. So wie es aussieht, gewinne ich jedes Spiel. Neon hat hier einen super Spielerstatus gemacht. Aber dennoch, ähm, super gewonnen. Klassisch, schaut sehr gut aus. Dass man jedes Spiel gewinnt. Finde ich toll. Bekomme ich hier einen Game Pass Bonus. Ich habe hier einen Bonus frei geschaltet. Hier, komm her, gib her, die Scheiß Box hier. Immer her damit. Und ich bekomme... Einen neuen Star. Selten. Nein. Was soll ich denn damit? Naja, auf jeden Fall, ähm, einfordern. Wollen wir auch nochmal einfordern. Neues Ereignis. Was ist neues Ereignis? Sturm-Ebenen. Soloduo. Kann man alles, also, anscheinend mitmachen. Ähm, so ein ganz normales Battle Royale. Man muss diesmal nicht so hoch. Und ganz nett gestaltet, muss ich schon sagen. Nett gemacht. Man gewinnt jedes Spiel. Oh, herrlich. Und bis dahin, habe ich hoffentlich den Wunsch damit erfüllt, dass ich das mal angeguckt habe. Und wer weiß, wenn die Klickrate stimmen und ich die richtig gute Aufrufe haben, der geht nicht. Dann gehst du natürlich damit weiter. Und, und vielleicht dann auch mal mit den ein oder anderen mit euch zusammen. Da das Spiel ja nun mal nix. Kostet ihr mein Handy. In der Sinne, bis zum Wix war immer dran denken. Wir sind nicht Ficks, sondern die Foxys und die... Wir sind nicht auf dasselbe, die diemişe Plätze machen können, nicht zu sehen, aber wir sind những